Es regnet zwar, aber da ist... Kronk ist da! Kronk! Ja, es ist sehr laut hier, gerade weil hier auch viele Menschen sind. Es fängt gerade noch zu regnen und wir müssen rein, weil wir hier nicht anders werden. Ich weiß doch nicht, Sarah ist da. Der ist viel besser als der scheiß Kronk. Ich finde, dass wir keine Reine haben. Aber ich habe jetzt ein neues Handy. Das bin ich glücklich. Das werde ich heute feiern. Dann müssen wir jetzt reingehen, glaube ich. Na gut. Du, Frau Knecht, bist du auf der Gamescom? Ja. Nein, nein, wir werden vorne noch rein, dann rin. Okay, quatsch mal da weiter, weil ich muss jetzt nicht wirklich rein, sonst kriege ich wirklich Schläge. Die können wir verziehen gerade. Wir sollen uns von allen grüßen vor. Die Sandy grüßen gerade in Vordergruppen. Und Jenny grüßen sich auf. Die grüße ich alle sein in Vordergruppen. Wollt nicht alle grüßen, ganz herzlich. Herr Krieger! Oh, ich bin gleich drin, mein Aspekt einzukissen. Ich bin gleich zu Hause, weil ich muss Fußball schauen. Ja, klar. Ja, da vorne. Nicht direkt rein. Ja, klar. Komm, ich muss ja mal... Der Herr Krieger ist auch da am Start. Hallo, komm mal da. Hallo. 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 Ich bin zwar nicht auf dem Bild, aber... Jetzt schon. Ich bin sehr. Jetzt fühl ich mich Fan. Oh, das ist immer so schwer. Auf mich gestretched ein T-Shirt. Das ist die Saphira. Hast du die schon bestellt? Saphira ist mein zweiter Name. Sie sieht aus wie ein Herr, soll wie ein... Als nächst sourière und innerhalb der wie ein Herr Barewitz returns. Also wieder auf die Nacht der M Katie aus dem Twitch-Unulmin. Das ist.